Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. In diesem Video zeigen wir euch das Tool Mein Unterricht. Klicke auf die Kachel. Es werden dir alle Fächer angezeigt, für die bereits ein Arbeitsauftrag von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin hinterlegt ist. Wir zeigen dir nun an einem Beispiel, wie du mit diesen Einträgen arbeitest. Klicke auf das Fach. Du siehst alle Einträge nach Datum sortiert. Hier steht das Thema und eine kleine Beschreibung bzw. Info. Möglicherweise ist auch ein Video oder ähnliches verlinkt. Lade dir alle Anhänge herunter. Am besten speicherst du diese in einem Ordner, der nach deinen Schulfächern sortiert ist. Am PC klickst du auf Öffnen mit und legst die Datei danach mit Speichern unter auf dem PC ab. Am Smartphone oder Tablet werden sie in der Regel direkt im Ordner Downloads gespeichert. Wenn du alle Aufgaben erledigt hast, kannst du dies mit dem grünen Button bestätigen. Das kann auch dein Lehrer bzw. deine Lehrerin sehen. Wenn du eine Aufgabe abgeben musst, erkennst du das am gelben Button. Wenn du auf den Abgabebutton klickst, erscheint dieses Fenster. Hier siehst du, wann du die Abgabe spätestens hochladen musst und dass die Datei nicht größer als 10 MB groß sein darf. Du kannst verschiedene Dateien, zum Beispiel Word, PowerPoint, PDF, aber auch Fotos hochladen. Entweder druckst du dir die Arbeitsblätter aus, bearbeitest sie und scannst sie mit deinen Lösungen wieder ein oder du bearbeitest die Aufgaben im Heft und machst davon ein Foto. Klicke auf Durchsuchen und wähle die richtige Datei oder das Foto aus. Speichere deine Abgabe mit dem blauen Button. Danach wird dir angezeigt, ob alles funktioniert hat. Nun wünschen wir dir viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem Schulportal.